Die nächste Rednerin kommt von der SPÖ aus dem Burgenland. Es ist Sandra Gerdanitsch. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrtes Präsidium, sehr geehrter Herr Landeshauptmann, ein ganz besonderes herzliches Willkommen bei uns im Bundesrat, sehr geehrte Zuseherinnen und Zuseher, werte Kolleginnen und Kollegen. Es ist mir eine ganz besondere Freude und auch Ehre, meine erste Rede im wiedereröffneten Parlament, hier im Bundesratssaal, anlässlich der Erklärung unseres Landeshauptmannes Hans-Peter Toskozil, zur Vorsitzübernahme des Burgenlandes in der Länderkammer zu halten. Herzlichen Glückwunsch auch zur Übernahme der Landeshauptleutekonferenz und viel Freude und Kraft mit der neuen Aufgabe. Und nochmal herzlich willkommen im Bundesrat, grüß dich auch. Ich war und bin eine glühende Burgenländerin. Ich bin eine panonische Mischkulanz. Mein Großvater stammte aus dem Norden, geboren wurde ich im Süden, aufgewachsen bin ich im Mittelburgenland. Und ich habe auch über eineinhalb Jahrzehnte in Wien verbracht. Zuerst in der Schule, dann studierend und arbeitend. Und wie viele andere Burgenländerinnen und Burgenländer auch. Und gefühlt hat jeder und jede von uns eine Tante, die einst auszog, um in der Wiener Stadt zu leben und zu arbeiten. Ich bin tief verwurzelt im Burgenland. Ich bin Gemeindevorständin in meiner Heimatgemeinde. Ich arbeite als Landesfrau und Geschäftsführerin. Ich bin Obfrau der Tageseltern Burgenland. Ich bin also dadurch tagtäglich ganz nah an den Menschen, die mir über ihr Leben, über ihre Fragestellungen, die sie beschäftigen, aber natürlich auch über ihre Probleme, Sorgen und Ängste berichten. Und hier gilt es zu helfen. Hier gilt es, die Lebensrealitäten der Menschen ein Stück weit zu verbessern. Wir können und müssen wir auch ansetzen. Und das sehe ich als unsere Pflicht als Politikerinnen und Politiker. Angesichts der Herausforderungen, denen wir gegenüberstehen, ist es ein zentrales Anliegen, den Menschen in dieser schwierigen, belastenden Zeit Sicherheit und Stabilität zu geben. Gerade in Krisenzeiten ist es wichtig, dass die Bundesländer geschlossen auftreten und jedes Bundesland seine Stärken entsprechend nützt. Lassen Sie uns gemeinsam hier im Bundesrat und in enger Zusammenarbeit mit den Bundesländern und dem Bund daran arbeiten, die Anstehenden mitunter sicher nicht einfachen Aufgaben im Sinne der Menschen zu meistern. In meinem Berufsleben, aber auch im Privatleben habe ich sehr oft davon profitiert, von anderen zu lernen. Und ich bin sicher, dass man sich auch von einem Bundesland etwas abschauen kann. Das Burgenland unter der Führung von Landeshauptmann Hans-Peter Toskozil unternimmt zu einiges, um gerade jetzt in der Krise den Menschen zur Seite zu stehen. Für mich als Familiensprecherin hier im Bundesrat und als Landesfrau und Geschäftsführerin der SPÖ-Frau im Burgenland ist es sehr schmerzlich zu sehen, dass wirklich viele Menschen sich das tägliche Leben nicht mehr leisten können. Ganz besonders betroffen sind Frauen und Familien, unter ihnen sehr viele Alleinerziehende. Ja, wir leben in herausfordernden Zeiten und ja, Entschlossenheit ist gefragter denn je. Die Initiativen im Burgenland helfen den Menschen und im besonderen Maße eben den Frauen und Familien. Dieser Tage wurde ein weiteres Antiteuerungspaket für das Burgenland präsentiert. Es wird den flächendeckenden Mietpreisdeckel geben, bei dem das Land gemeinsam mit den Genossenschaften dagegen steuert und die Mieten im Genossenschaftsbereich auf dem Niveau von Dezember 2022 für zwei Jahre einfriert. Auch im Energiebereich ist das Burgenland aktiv und bietet in Kooperation mit der Burgenland Energie einen attraktiven Fixpreis an. Die Lösung gegen horrende Energiepreise ist selbstproduzierte Energie aus erneuerbaren Energieträgern. Das Burgenland gilt in Sachen erneuerbare Energie als Vorzeigebundesland. Zu Spitzenzeiten produziert das Burgenland schon jetzt mehr Strom, als es verbraucht. Durch sinnvolle Maßnahmen wollen wir ab 2030 ohne Energieimporte auskommen. Und ab dann macht das Land seine Energiepreise selbst. Das Burgenland überzeugt mit familienfreundlicher Politik. Gratis-Kindergarten und bedarfsorientierte Kinderbetreuung sind riesengroße Entlastungen für die Familien. Mit dem Gratis-Kindergarten und der bedarfsorientierten Kinderbetreuung haben wir im Burgenland die Rahmenbedingungen für Familien enorm verbessert. Zum einen ist es die finanzielle Entlastung, die mit dem Wegfall der Kindergartenbeiträge den Familien Ersparnisse bis in den vierstelligen Euro-Bereich gebracht hat. Diese finanzielle Erleichterung kommt heutzutage, wo die Familien die Steuerungsrate besonders hart zu spüren bekommen, noch stärker zur Geltung. Zum anderen haben wir mit der gesetzlich geregelten und bedarfsgerechten Anpassung der Betreuungszeiten in den Kindergrippen und den Kindergärten unter Verringerung der Schließtage für Eltern und Familien sehr gute Voraussetzungen für die Vereinbarkeit vom Familienberuf geschaffen. Dazu kommt das verpflichtende, kostengünstige Angebot einer Ferienbetreuung für Schülerinnen. Es ist auch so, dass wir heuer im Burgenland das wieder anbieten werden und auch die Preise im Vergleich zum Vorjahr da nicht gestiegen sind. Das ermöglicht oder erleichtert den Eltern, einen Beruf auszuüben. Denn lassen Sie mich das an dieser Stelle anmerken. Teilzeit zu arbeiten ist für die meisten Menschen absolut kein Privileg. Das Burgenland investiert jährlich über 36 Millionen für eine qualitative Kinderbetreuung und Kinderbildung. Der Kindergarten ist die erste Bildungseinrichtung für unsere Jüngsten und damit eine wichtige Station in ihrer Entwicklung. Die Zukunft unserer Kinder und Familien muss uns allen etwas wert sein, denn die Kinder von heute sind der Erwachsenen vom Morgen. Was wir aber auch unbedingt angehen müssen, wir müssen an der Allgemeinen der Gesellschaft gegenüber vor allem arbeitenden Müttern drehen. Das Burgenland ist ein Land, das Frauen unterstützt. Wir setzen verschiedenste Maßnahmen, die den Frauen im Burgenland zugutekommen. Ich möchte zwei mir besonders am Herzen liegende Maßnahmen herausgreifen. Zu einem ist es die Frauenstrategie gleich in die Zukunft und die Alleinerziehendenförderung, die wir auch 2023 nicht nur weiterführen, sondern deren Budget wir auch verdoppelt haben. Mit der Frauenstrategie schenken wir dem Frausein im Burgenland noch mehr Bedeutung. Das war uns von Anfang an ein wichtiges Anliegen. Diese erste Frauenstrategie soll euch ein wichtiger Wegweiser für Frauenangelegenheiten und vor allem auch für die Gleichstellungszukunft des Burgenlandes sein. Gleichwertige Bezahlung, Möglichkeiten, um Beruf und Familie besser vereinbaren zu können, Rollenbilder bereits bei Kindern aufbrechen, das wünschen sich Frauen im Burgenland. Das ergibt die Befragung zur Erstellung der Frauenstrategie. 1.600 Burgenländerinnen und Burgenländer, 12 Prozent davon, auch Männer, haben Online-Fragen beantwortet. Die Ergebnisse dieser Frauenstrategie fließen nun in unsere politische Arbeit ein. So haben wir in den vergangenen Monaten bereits viele Projekte umgesetzt, um Frauen beim Ein- oder Umstieg auf dem Arbeitsmarkt zu unterstützen, einige neue Initiativen für Frauen und Mädchen im MINT-Bereich gesetzt oder erstmals auch eine Schulung für Landesbedienstete ins Leben gerufen, um sie für den Themenbereich Gewalt an Frauen zu sensibilisieren. Alleinerziehende, und ich selbst bin auch alleinerziehend, ich weiß also, wie es einem damit untergeht, stehen oftmals emotional, organisatorisch und nicht selten finanziell vor großen Herausforderungen. Die monetäre Unterstützung ist für sie daher eine wichtige Unterstützung, die vor allem aber natürlich nicht ausschließlich Frauen zugute kommt und ihnen so ein Stück Freiheit und Selbstbestimmtheit wiedergibt. Auch im Burgenland ist die Familienform der Alleinerziehenden eine immer größer werdende Gruppe. Über 90 Prozent der Alleinerziehenden sind weiblich. Auch mit dem Anstellungsmodell für pflegende Angehörige und dem Mindestlohn. Und der Herr Landeshauptmann hat es vorhin erklärt, die Reinigungskräfte sind durchwegs weiblich und diese profitieren davon. So sind wir im Burgenland Vorreiter für soziale Gerechtigkeit. Und ob Sie es glauben oder nicht, mein Vater hat einen Betrieb mit über 50 Mitarbeitern. Er erzählte mir, als wir über den Mindestlohn gesprochen haben, dass er den Mindestlohn schon lange bezahlt. Und das gibt ihm recht. Er ist nämlich sehr erfolgreich unterwegs mit seinem Unternehmen. Gerade auch die Frauen profitieren von diesen Maßnahmen, denn damit wir gezielt Armut und Lungengleichbehandlung bekämpft. Ja, ich bin stolz auf mein Heimatbundesland und dass wir in Burgenland aufeinanderschauen. Denn genau das zeichnet die Burgenländerinnen und Burgenländer seit jeher aus und hat dazu beigetragen, dass das Burgenland sich so gut entwickeln konnte. Gleichzeitig bin ich aber genauso stolz, Österreicherin zu sein, und gemeinsam hier mit Ihnen allen für unser schönes Land und die Menschen, die hier wohnen, zu arbeiten. Machen wir Politik mit Hausverstand. Machen wir Politik für die Menschen. Für uns als Politikerinnen und Politiker muss gelten, dass Politik kein Selbstzweck sein darf, sondern vielmehr ein Auftrag für die Menschen da zu sein. Politik muss den Menschen dienen. Ich persönlich halte es damit unserem Landeshauptmann Hans-Peter Toskozil. Sehr geehrter Herr Bundesratspräsident, lieber Günther, heute findet das erste Plenum unter deinem Vorsitz statt. Für deine Amtszeit wünsche ich dir auch von dieser Stelle aus alles Gute und viel Freude mit deiner neuen Aufgabe. Gerne leiste ich deiner Einladung Folge, um gemeinsam daran zu arbeiten, dass wir ein aktiver und somit starker Bundesrat sind und dass der Bundesrat so als eine Säule der Demokratie gestärkt wird. Und ich bin überzeugt, sehr verehrte Kolleginnen und Kollegen, diese Meinung werden auch Sie sein. Setzen wir uns gemeinsam und solidarisch dafür mit aller Kraft ein, dass sich die Menschen in diesem Land das Leben wieder leisten können. Widmen wir uns diesen aktuellen Herausforderungen gemeinsam und miteinander mit aller Kraft. Herzlichen Dank. Sandra Gerdenitsch, SP-Bundesträtin aus dem Burgenland, betont, dass es wichtig sei, den Menschen in der aktuellen Situation Stabilität und Sicherheit zu geben. Sie spricht die Notwendigkeit des Ausbaus der Kinderbetreuung an. Viele Frauen würden die Entscheidung, Teilzeit zu arbeiten, nicht freiwillig treffen, sondern müssten dies aufgrund der Rahmenbedingungen tun. Hubert Koller, herzlich willkommen im Bundesrat. Applaus 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 Vielen Dank.